Den wollen wir gerade dann noch nicht haben. Das ist auch gut. Den Ast absägen, auf dem man steht. Das ist... Noob. Kack, Noob. Wir könnten von hier nach da bauen. Dann haben wir hier einmal so ein Arch. Ich glaube, das müssen wir fast einmal machen. Wenn wir hier jetzt den bauen. Dann könnten wir hier den bauen. Ich mache das jetzt einfach mal provisorisch. Wir löschen das wahrscheinlich gleich. Und dann könnte man hier halt den bauen. Wird das ein Gewölbe. Und theoretisch halt immer so weiter. Dann haben wir hier das übelste Ding. Wenn man immer so weiter baut. Alter. Das ist das übelste Gewölbe. Wenn du das dann hier halt so weiter baust. Und dann muss das Ding hier unten einmal weghacken. Und alles fällt zusammen. Wie baut man das denn hier denn weiter? Dann bauen wir hier die übelste Hagia Sophia bauen wir hier. Okay, hier brauchst du dann. Komm ich gar nicht so weit hoch hier denn. Hier müssten dann ganze Dinger drauf, ne? Das kompliziert, ey. Wir müssen hier so bauen. So. Und so. So. Das sieht ja akut akkurat aus, was wir hier bauen. Das ist echt akut akkurat, nenne ich das. Akut akkurat. Das ist akut akkurat scheiße, was wir hier bauen. Das kann doch so gar nichts werden. Boah, kann ich die Kameraeinstellung hier nicht ein bisschen vernünftiger einstellen? Ich meine, dann haben wir hier halt immer den Bogen. Aber da müssen wir nochmal von Neuen anfangen. Hier, das geht ja so nicht. Ich breche hier mal alles ab. Okay, keine Ahnung, wo der ist. Hm. Hier wird sie Bögen haben. Wir wollen ja den Bögen nach innen kriegen. Mist, dann müsste der hier eigentlich da so anschließen. Das heißt, wir bräuchten theoretisch... Nee, das heißt, wir brauchen das Ding theoretisch gar nicht. Okay, haben wir hier nochmal auf. Die Böde-Säule bräuchten wir gar nicht, ne? Ich bin eben nur hart verwirrt. Wir könnten einfach so bauen. Oder? So könnten wir aber auch, ne? Wenn wir den machen... Und dann... Bauen wir dann weiter so. Alter, ist das kompliziert. Nee. Das geht auch nicht. Da müsste man... Boah, ist das eine Planungsphase hier. Ich hoffe, ihr könnt mir das gerade noch verzeihen, dass ich hier so nur am rumstottern bin die ganze Zeit. Ähm. Wenn wir hier anfangen. Dann haben wir zwei frei bis zur Ecke. Dann haben wir hier zwei frei bis zur Ecke. Und könnten hier anfangen. Dann machen wir den. Und den. Dann haben wir auf jeden Fall eine krass hohe Decke. Dann können wir jetzt hier so Mitteldingen, könnte man dann setzen, ne? Hm. So, und wenn wir jetzt... Wie sieht denn das aus, wenn wir hier von oben gucken? Ist das dann hier? Nee. Nee. Das ist eins. Ist hier noch einer frei? Dann kommt der hier. Wenn man jetzt hier in die Höhe baut... Oh Gott. Wir machen das jetzt natürlich gleich nochmal. Kommen wir überhaupt so weit in die Höhe? Weiß ich nicht. Das geht doch wieder gar nicht. So, und wenn wir dann das Ganze weiterdenken. Ach, dass man hier auch nicht vernünftig bauen kann, ohne dass man hier... Okay, dann hätte man hier nämlich wieder eins, zwei frei. Das wäre dann so. Eins, zwei. Boah, ist das crazy. Das ist pure Craziness. So. Stimmt das? Hätte man immerhin zwei frei, immer. Zwischen den Dingern, in der Stadt. So, und wie geht das eigentlich von hier denn weiter? Hier müsste man dann so eine Balken haben. Nee, das stimmt gar nicht. Man bräuchte dann einfach nur den, ne? Wenn man noch einen in die Höhe geht, dann kann man hier das Ding bauen. Das Dürmchen. Wenn man überhaupt ein Dürmchen bauen will. Man könnte aber auch hier einen bauen. Hier, dann müsste man hier noch einen Turm in die Höhe bauen. Sorry, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist jetzt ja alles ein bisschen doppelt. Ich teste das nur gerade. Dann hier rüber. Und dann... Ja. Muss man natürlich hier auch hochbauen. Wie hoch ist das hier? Einhören, ne? Okay. Bam. Bam. Bam, ne? Okay. Können wir uns das merken? Ist das denn hier jetzt auch richtig? Wenn man dann hier empfängt? Wie macht man das denn hier dann? Dann müsste man hier auch so, ne? Bam, 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 bam. Und dann könnte man... Nee, man ist sogar schon zu nah da dran. Okay, das Ganze muss dann... Wenn der hier hinkommt... Da muss das Ganze noch einen weg. Okay, also wir fangen einen hinter der Leiter hier an. Überhaupt nicht schwer. Ich kann es mir jetzt auch überhaupt nicht mehr merken. So. Jetzt machen wir es mal richtig. Jetzt machen wir es richtig. Wir fangen hier an. Bam. So. Und theoretisch müssen wir jetzt von hier... Pam. Pam. Und von hier... Nein. Und von hier... Pam, Pam. Und noch einen, ne? Ja. So. Und jetzt brauchen wir... Können wir doppelt in die Mitte setzen? Hier, ne? Ist das richtig? Müsste, ne? Nee, da haben wir einen an der Seite frei. Scheiße, unser... Unser Gebäude ist... Ach Mist, wir haben hier einen versetzt. Ach Mist, wir müssen nochmal nachempfangen. Das haben wir verkackt. Ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Ich weiß doch gar nicht, was ich hier tue. Okay, wir fangen. Wir müssen hier anfangen. Da müssen wir anfangen. Pam, Pam. Und hier. Ist das... Äh, ist das auf einer Höhe? Äh, jo. Pam. Jetzt hier. Das wird die übelste Burg. Okay. Jetzt noch einen? War das so? Oder sind wir schon ein zu viel? Mist, ich glaube, wir sind schon ein zu viel in der Mitte. Äh, rechts. Wenn wir hier jetzt hochbauen. Nee, so und so, ne? Ah. So. Und so. Und der hier oben ist zu viel. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie sollen wir den ganzen Kram da hochkriegen? Das ist ja hier der Turmbot zu Babel, ist das hier. Äh. Und jetzt? Können wir jetzt von hier bauen? Sorry, ich war gerade geistesabwesend. Da müssen wir dann einfach weiter von hinten bauen. Nee, ne? Wir können von hier bauen. So. Beziehungsweise so. So. Und dann so. Das sieht ja scheiße aus. Müssen wir noch alles ein weiter nach hinten setzen, ne? Damit wir dann genau ein weiter nach hinten kommen. Äh. Sorry. 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 Ich weiß sowieso nicht, wie wir das dann gebaut kriegen. Aber ey. Ich nehme hier einfach auf. Das ist gar kein Problem für mich. Das heißt, wir müssen hier hin. So. Und wir müssen da hin. Dann haben wir hier auf beiden Seiten jetzt dreimal, beziehungsweise viermal. Okay. So. Jetzt bauen wir erstmal die Mitte. Das war die noch richtig. Da, ne? Bam, 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 bam. Bam. Jetzt hier. Da einen nach außen. Und dann. Ja, ne? Richtig. Mann, wird das hier eine Kathedrale mit diesen Bögen. So. Richtig. Jetzt starten wir von hier. So. So. Und so. Wenn wir jetzt den hier noch nebenblitzen. Wollen wir, das ist die Frage. Müssen wir ja schon, ne? Oder hier neben. Dann bräuchten wir jetzt natürlich solche anderen Dinger. Normale Steine können wir da ja nicht rübersitzen. Können wir ja so nicht platzieren, ne? Doch. Doch, können wir. Müssen wir. Hätten wir hier oben aber keinen Bogen dann. Doch, wir wollen da aber den Bogen haben, oder? Wollen wir das? Wir bräuchten hier jetzt so ein Halbding. Können natürlich so jetzt. Dann haben wir da aber so eine Ecke drin. Ist auch nicht so geil, wenn wir da so eine Ecke drin haben, ne? Ja. Nicht wirklich. Dabei sind die Bögen so cool. Ich würde die ja schon gerne verwenden, die Bögen. Puh. Das muss man sich ja fast auf Papier aufzeichnen, was wir hier treiben. Aber ich glaube, wir können da keinen Bogen reinmachen. Wenn wir nämlich hier dann auch noch so einen Bogen reinmachen, dann wird das nix. So. So. Ich meine, es sieht dann eigentlich ganz cool aus. Nur was machst du hier oben? Auf der Seite hast du dann dasselbe Problem, dass ihr hier so rausguckt. Man kann in der obersten keine Bögen setzen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das wieder nicht. Beziehungsweise. Müssen wir noch einen weiter auseinander, damit man da so einen Endstein reinsetzen kann, ne? Wie so bei alten Brücken so ein Endstein, der oben ganz in die Mitte kommt. Können wir das denn hier irgendwie machen? Nicht wirklich, ne? Ja, diesen Endstein kann er sowieso nicht. Der hält ja sowieso nicht, weil wir da immer...